Time to get real! Ja? Ja Meine Bordegel macht jetzt Action, ja Da kommen sie schon Oh fuck, ich brauch hier Hilfe! Ach du Scheiße, ich hau da! Ich bin tot Ey, B ist nie ne gute Idee Jedes mal renne ich hier alleine in 3 Mann rein, weil kein anderer zu B geht Ja, na, weil alle zu C laufen und dann kommen die von B zu... also B zu C hoch Von... vom Pool aus hoch, glaube ich Richtig, wir sind nicht Das stimmt Das sind richtige Faggots Aber die kannst du immer schön farmen, wenn die nicht damit rechnen, dass da schon einer kommt Das ist das einzig Schöne dabei Die hocken hinten in der Dusche drinnen Okay Ja komm, ist auch voll voll Jo, ich hab ihn wegessen, mein Gott, Mario, Dankeschön Ach fuck Was ist das wohl mein eigener? Egal Das ist doch Scheiße Nice Ja, bleib mal da mit C blinkert Okay Fabrice, gehen wir mal zu C Ich bin schon dabei Wir müssen dieses Gebiet halten Komm von der anderen Seite Oh shit, ich werde in den Rücken geschossen Jo, irgendjemand sniper da Der ist in deinem Raum drinne Das ging aber fix Kann mich in der Holm, ey Ja, ja, doch Nee, echt nicht Dankeschön, danke, 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 danke Oh fuck, ey Ich bin mit der Shotgun drauf, wieso stirbt der nicht hier hinter euch an der Ecke? Nein Nein, K10 Was ist da los? Ich wollte dich gerade Rechen und dann holen Ja, erstmal Gegner killen bevor wir ihn Ja, ja, deswegen Ich wollte dich rechen und dann holen Fabricius, äh, Mario ist umstritten, hier ist irgendwo jemand Ja, dann sitzt er hier in der Ecke oder so, oder? Wir sitzen hier immer hinter dem scheiß Kackteil hier Oh fuck Von wo? Äh, da Ist doch von oben Die kommen alle von oben Mhm Hast du die beiden, Mensch? Den hab ich Lol Der holt die gerade alle wieder, oh shit Das ist mir gerade echt zu belastend hier Ich bin ja Ich gehe snipen Oh je 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 Ich bin bei Miro Komm rein, Manu Wir haben ja alles Geht denn ab? Muss ja doch nach vorne Gehe ich aufs Dach Hier ist ein Stritten, hier ist auf jeden Fall irgendwo noch Oh ja, über uns? Ne, unter uns Unter uns Loll Da kommen mehrere Richtungen Ah Oh fuck Brandsatz hat mich wegge-snaggert Wegge-snaggert Da, ein G-T-Beutel, das ist ein richter Bubbo Hm, der geht mir auch auf den Sack der Typ Alter, was geht denn ab hier? Was denn? Das ist für ein Noobs, ne? Die kamen ja aufs Dach und haben Moly Auf alles aufgerufen Gut, das Heldweidel ist weg A wird eingenommen Yo, bin am Start Einer ist weg Noch einer ist weg Das war's schon wieder bei A Ah ne da auch nicht Die kommen hier aus dem Spawn Die Lutscher Hm Man könnte sie ja mal pushen Wenn unser Team Das könnte Ah ne, das kriegen die nicht hin Das lass mal Der BWH-Commander sitzt da in der Ecke bei A Der BWH-Commander sitzt da in der Ecke bei A Also da in diesem Busch wurde die ganze Zeit Chillen kannst, ohne dass sich irgendjemand sieht Das ist nicht gut Das ist nicht gut Ah, ich versuch mir den jetzt mal zu snacken hier Oh fuck, das wollte ich doch nicht Scheiße, die splittert mich eigentlich Ich muss aus Dach zurück, da bin ich seltsam Oh lol Ich kann mich nicht bewegen, doch Ich bin am Hit Auf dem Dach sind welche Wenn wir alles haben, werde ich erstmal kurz bei C bleiben Auf dem Haus war ein Spawnbing, den hab ich zerstört AKM seh ich, ja Wer Bei dir, oder? Nene, AWM Aha, wir haben einen Entschuldigung Oh fuck, okay Ich hab den Sniper im Spawn entdeckt Ah, der hat mich erstmal angehittet Ich deck C immer ein bisschen ein hier mit paar Kameras und so Kameras und so Ah, vielleicht hilft es ja Ah, vielleicht hilft es Ja, vielleicht hier ist ein Monistion Monistion Soll ich mal ein bisschen sinnlos rumballern? Weiß einer wie der Sniper von denen heißt? Ne, oder? Ne, leider nicht Das ist dieser Commander Spaß Ach ne, der ist schon tot Krieger streamed dead over oder war? Lord of War ist auch tot Ja, ich hab grad schon nachgeschaut Ob die bei B4 sind Äh, Heartlands sind Äh, Heartlands sind Bei... Äh, Trials Was? Was ist das, Fabrice? Fuck us, nein Die kommen grad alle aus dem Spawn raus, aber schaffen es halt nicht richtig Ja, und die kommen grad alle wirklich aus dem Spawn Das alles, diese Kack-Sprallos sind Ey, wieso hab ich den nicht gehittet? Willst du mich ver... Okay, ist das so tot Pfff Gesundheit Ist das nicht zufällig jemand Moni, ne, ne? Doch hinter dir Wo? Ich geh hinter dir Wo? Ich geh hinter dir Äh... Was sind denn das für Kack-Noobs, Alter? Das ist ja richtig krass Ja, die können irgendwie nicht wirklich... Nichts... Nichts... Wirklich... Meine Passen Geh ich dir vor, Fabrice? Oh, ja Ich hab... Wieder Munition Ja, die kann's halt aber nicht so wirklich Das ist funny Oh, loi Da kommt einer, da kommt einer, da kommt einer, da kommt einer, da kommt einer Da kommt einer, da kommt einer Loi Einen hab ich und einer hat mich Why? Wieso schieße ich hier in die Wand, Alter? Ja, tot mit dir Tod mit dir Tod mit dir Tod mit dir Hier, WWH, sitzen im Spawn auf ihrem eigenen Server Was ist da los? Ihr nehmt eine A ein Was war ein Mitch? Ne, ich dachte ich stand im Wege bisschen Achso, ne, ne, alles... Tutti Ich... Fuck you! Oh, leck die Eichel A wird immer noch eingenommen von irgendeinem Spasti Hm, ich kann man mich grad schon noch wissen Und dann... Ne, es ist einer von uns hier Wieso hab ich denn den nicht so schlecht getroffen, ey? A wird immer noch eingenommen? Alter, was ist denn los? So, wo soll denn der sitzen? Hier ist doch einer von uns Sollte doch reichen Shit! Was ist das? Ach, dieser Benitico, der Sniper von denen, der sitzt die ganze Zeit in deren Spawn, aber der trifft halt relativ gut Der trifft gar nicht, ich geb den jedes Mal, wenn ich ihn sehe, nen Headshot, der ist übelst schlecht Das ist voll der Untermensch Mach's jetzt einer auch Du bist nicht wie weit ich vor kann jetzt, ja? Lord of War ist auch am snipen die ganze Zeit, kriegt auch nur auf den Sack, Alter, richtig, der Lutscher So, Benitico, zeig dir herzliches Gesicht Hier müsste mal einer kommen, ich warte extra auf euch, Jungs Warte extra auf euch, Leute Leute! Leute! Hallo Leute! Hey Leute, ich bin der Space-Server Space-Server Alter, was ist denn los momentan? Ich frag mich, wie sie das schaffen, immer so schnell zu schießen, Mann Das ist doch nicht normal Ohne Mist B wird eingenommen Haben sich durchgemogelt, oder was? Shit, hier einer ist am hoch, kommt zu mir, das ist uncool Terror-Kicks! Terror-Kompen, okay, nur durch Wo ist denn jedes Mal dieser scheiß Sniper hier, der geht mir auf den Kicks Der sitzt an der Mauer dran Boah, dieser Bjarki Der hat nur noch 30% Ich hab den Kasschen zweier gehitet Hey, Duo hat auch gesniped, ist auch tot Nice Ja! Ich seh den aber grad auch nicht Ja, hallo? Ne, Basti ist jetzt gekommen Na ja, mach du mal Boah, wieso kriegt denn eigentlich immer ich auf die Fasse? Benitico ist tot, Benitico ist tot Da liegt der Dreck Nice Kommen sie alle wieder den Weg bei A runter, so wie es aussieht Bei A Klatsch Achso, den, den Äh, nicht bei A, bei C, sorry Wer ist denn grad bei C? Ah Unter uns bei Richtung B Au, 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 au Ist einer Boah, ich krieg die ganze Zeit auf die Fresse und weiß nicht wovon weh Basti kommt jetzt gleich Sehr gut, gehen wir nach der Runde raus Oder? Oder? Das ist ja immer so schön Oh, jawabai, wir können Na gut, ich kann die, oh fuck Alter Leute, die sind echt so schlecht, ich hab hier Rufstufe 3 geschafft bei denen Das ist schon ein bisschen hardcore Ah, ich versuch grad irgendwie für meine Säger endlich mal ein ordentliches Dings rauszuschlagen Ah, die glotzen grade mit zwei Snipern oder so auf meine Position, weil ich die jetzt schon echt häufig weggeholt hab Oh shit, das war schlecht Aber wie er da sitzt What? Nein, jetzt hab ich gespammt Wo sitzen die, vielleicht kann ich dir ein bisschen Feuerschutz geben Oh fuck, Headshot mit der Katze Oh fuck, ich hab nicht einen Schuss mehr, äh, schwierig zu erklären Ähm Ja, in ihrem Spawn hinter der Mauer Einer kommt zu C runter, den werd ich mir snacken jetzt Oh, ich hätt die alle immer nur an, das geht mir auf den Kegs Zu C läuft jemand? Gut, der ist bei C in dem, in dem... In dem Raum drinnen? Jaja Ok, 35, das legt mir weiter Kack sprachlos Man, zwei drin Oh Wer hat mich jetzt nicht blockiert? Oh, jetzt hab ich ja gar nichts mehr Wunderschöner Spaß, dein wunderschöner Spaß bist du Ich hab alles verschossen, was ich hatte Oh, Spotting Ribbon Yeah Ich hab jetzt eine ACW, ja? Das ist schon ein bisschen mies, wenn die auf ihrem eigenen Server nur auf die Fresse kriegen, oder? Und die sitzen im Spawn auf ihrem Server Oh, 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 oh Das ist ihr eigener Server, ihr eigener Spawn Lol, ich hab den mit einer DMR auf die Entfernung gekillt, obwohl der eine Scout hatte, das ist auch ein bisschen schlecht Schade Und das sind wir wieder am Ende angekommen, ich hoffe euch hat die Folge gefallen Und was haltet ihr eigentlich von dem Balancing bei Battlefield, also generell bei Battlefield 4 und Hardline? Irgendwie ist es manchmal recht gut, manchmal ist es einfach nur beschissen Schreibt es mir in die Kommentare und ansonsten bis zum nächsten Mal Bye Bye Leute und Ciao 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 Ciao